Es gibt dieses schöne und sehr empfehlenswerte Buch, Zurück aus der Zukunft, ein Sammelband von Boris Goeus. Und da wird sehr eingängig versucht zu untersuchen, was dieser Sozialismus war und wie er sich wirklich aufgestellt hat. Und natürlich war das eigentlich eine Konsumgesellschaft. Das hatte allerdings Wasserv Havel auch in den 70ern schon artikuliert, der sich ja weniger gegen, also sich nicht mit dem Privateigentum als mögliche Alternative, also dem Privateigentum an Produktionsmitteln beschäftigt hat, sondern eben wirklich mit der ideellen Aufstellung dieser Gesellschaft. Was treibt die Gesellschaft an, was treibt den Einzelnen an und wie bewegt er sich in der Gesellschaft. Und er hat die Dame GSSR eben auch schon als konsumistische Gesellschaft bezeichnet und die Kommunisten an der Macht eigentlich als die größtmöglichen Opportunisten. Als diejenigen, die im Wesentlichen eigentlich diese kommunistischen Ideale oder die Idee des Kommunismus, über die man jetzt ja noch lange reden könnte, eigentlich am wenigsten befolgt haben. Sondern dass die meisten aus Machterhalt, aus Opportunismus, aus dann vielleicht auch Außendruck über die Persönlichkeitsentwicklung hinweg ihre Rolle eingenommen haben.